Nummer 5. Nähkasten aus Nussbaumfarben im Holz. Stabil und sehr praktisch für die Aufbewahrung von Nähzubehör. Maße, 33,5 cm lang, 20 cm tief und 29 cm hoch. Eine originelle Geschenkidee für Nähbegeisterte. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4. Klassisches Nähkästchen, hergestellt aus Holz. Akkordeonöffnung zur übersichtlichen Aufbewahrung aller Nähwerkzeuge. Alles ist immer griffbereit in der Nähe der Nähmaschine. Die Box enthält fünf unterschiedlich große Fächer auf drei Ebenen zur Aufbewahrung von Nadel, Fäden, Spulen, Knöpfen, Scheren und vielem mehr. Ein praktischer Deckel schützt das Nähset vor Staub und Schmutz. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Nähkasten aus weiß lackiertem Gummibaumholz. Maße, 36 cm in der Länge, 19 cm in der Tiefe und 30 cm in der Höhe. Klassisches Design. Das Akkordeonsystem bietet viel Platz für die ordentliche Aufbewahrung von Nähzubehör. Das Besondere an dem Nähkästchen ist der gepolsterte Deckel aus blau-weiß kariertem Stoff, der gleichzeitig als praktisches Nadelkissen dient. Hervorragende Verarbeitung. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Nähkasten aus Holz. Die Box eignet sich zur Aufbewahrung von allem, was man zum Nähen braucht, wie Nadeln, Faden, Schere, Maßband. Ausgestattet mit drei verschiedenen Regalen mit Ziehharmonikaöffnung. Hergestellt aus hochwertigen Materialien. Die Maße betragen 36 cm in der Länge, 19 cm in der Tiefe und 28 cm in der Höhe. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1. Nähkasten aus Holz mit gepolstertem Stoffdeckel. Die Box hat drei Behälter zur Aufbewahrung aller Nähmaterialien. Der praktische Deckel mit Polsterung dient als Nadelkissen. Ausgezeichnetes Produkt. Sie hat eine Länge von 36 cm, eine Höhe von 30 cm und eine Tiefe von 19 cm. Die Box ist aus hochwertigen, robusten und langlebigen Materialien gefertigt. Eine originelle Geschenkidee für Nähbegeisterte. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden.